so leute hallöchen halli hallo und herzlich willkommen zu battlefield 1 wir zockern team deathmatch und ja ich weiß nicht was ich für eine waffe nehmen soll jetzt nehmen wir dann mal für eine waffe die mp18 die haben wir neulich erst genommen automatico ich weiß nicht die hellriegel defensiv mal nehmen hellriegel defensiv können wir mal nehmen aber die ist auf die entfernung nicht ganz so geil aber gut die können wir trotzdem mal nehmen die testen mal aus hellriegel defensiv was nehmen wir hier hier nehmen wir würde ich mal sagen die maße haben wir hier nicht dann lassen wir einfach mal die obris mit drin so dann gucken wir mal hoffentlich eine gute runde aber wir wissen ja hier auf der map gibt es auch wieder viele die rumcampen gerade in den häusern oder hinten bei den zügen drin das ist immer ein bisschen blöd aber gut was soll man tun so ist es halt das ist halt battlefield 1 geworden aber ich will bevor wir anfangen zu spielen nicht schon wieder rummeckern vielleicht haben wir auch glück und es sind anständige leute hier drinnen mal gucken ich gucke so defensiv ist auf den fernern nicht ganz so geil denn die streut ein bisschen mehr als die normale aber ich büte mir fast ein dass sie irgendwie mal damage macht das ist so meine einbildung komm schon dicker wunderbar 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 nice ja jetzt dann he is dead deathmatch kommen die rund 0 months jetzt machen dann trinkt 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 also ständig hat einer ne oh man in der tür drinnen scheiße da haben wir nummer eins camper camper nummer eins kommen wir mich zurück dicker natürlich brenne ich direkt ich liebe sowas ich liebe sowas echt mega wenn man dann brennt oh shit scheiße man was sind denn das schon wieder für camper man ohne müll ey man warum stehen die denn schon wieder in den häusern rum man ja es war jetzt mein fehler dass ich gerätzt habe warum stehen die denn schon wieder in den häusern rum man ich verstehe es nicht ach man ist das schon wieder eingekämpte hier ohne müll man ist was nee was willst du da schon wieder machen ey ey da stehen sie im haus drinnen und kraulen sich ihre klein hässlichen verkrüppelten eiermann ihre verkrüppelten klein käsigen wiener würstchen da ist auch wieder einer drinnen wer steht auch wieder im haus drinnen kurz mal chillen eine runde das ist so lächerlich ne das ist so lächerlich geworden hier im haus ist einer drinnen definitiv das ist so lächerlich geworden schnell weg schnell weg scheiße mit der seyri gotti man der hat bis zwei schuss oder so gebraucht hat er mich gehabt ja das ist halt der nachteil mit der waffe die ist halt auf entfernung nicht ganz so geil da muss man schuss salven nehmen oh hier sind einige aber die sind alle im haus drinnen der ist ja immer noch im haus drinnen das ist so ein mann das gibt's doch nicht mann und wieder von da oben mann was sind das für Hurensöhne ohne scheiß mann mann das ist so zum kotzen ey mann wie kann man denn bei Team Deathmatch Camp mann es sind solche Wichser alter ich würde die gerne alle so töten mann da kann mir auch keiner von euch erzählen das ist normales mann das Spiel ist so kaputt das Spiel ist so kaputt das Spiel ist so im Arsch geworden mann und mann diese ganzen Camper hier überall ey das ist so zum kotzen ey das kotzt so rein ey es wird hier nur gekämmt nur es wird nur gekämmt auf dieser Map mann das ist so zum kotzen ich hab vorher schon wieder gewusst was passiert ich hab's vorher schon wieder gewusst ich hab's vorher wieder ganz genau gewusst was kommt Null getroffen Null getroffen den Typen gerade mit der Panzerbüchse ich war zwar voll drauf aber mann hat die Null getroffen hoffentlich gewinn war das Ding ey komm schon geh weg Mann so ne Kacke hier ohne Müll ey hier wird nur im Haus gechillt hier wird wirklich nur im Haus gechillt ist doch Kacke sowas ohne Müll da steht auch wieder jemand im Haus kurz mal Heilung bisschen Heilung komm schon komm schon komm schon komm schon aber ich glaub wir gewinnen trotzdem das ist schon mal ganz gut Snipe donkweiner Digga Digga steh doch mal auf und geh hier hoch man Alter in die Häuser drinnen das ist so nervig die machen auch nichts besseres haben wir das wieder auf 100 runter genommen oder was 12,5 haben die das auf 100 wieder runter genommen oder wie war das nicht mal 150 naja gut ok 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 ja gut Freunde dann haben wir halt die Runde auch geschafft 12,5 lächerlich viermal vom Campern geholt auf jeden Fall das ist richtig nice gewesen typisch Battlefield was will man da noch sagen man so macht es echt keinen Spaß wenn die Leute nur noch am schimmeln sind man weil es sind bei COD die Server down kommen so bei Battlefield 1 zocken man diese Kinder missgeboten Kiddies was anderes kann man da echt nicht sagen Leute ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen ich hoffe euch hat das ganze gefallen falls ja lasst einen Daumen nach oben da Feedback auf jeden Fall wie findet ihr es spielt überhaupt noch Team Deathmatch findet ihr das geil wenn die ganzen Camper nur noch am rumschimmeln sind oder was sagt ihr Leute bis dann macht's gut euer Panne Servus grupos crush per bei